Ich habe eine kurze Frage. Ich bin Street-Fotograf. Ich fotografiere interessante Menschen, die gut aussehen. Ich finde, ihr seht beide sehr gut aus. Kann ich ein Bild von euch machen? Das kriegen sie geschenkt von mir. Müssen sie nichts dafür bezahlen. Vielleicht stellen sie sich kurz da. Wie ihr wollt. Zusammen ein bisschen umarmen. Ich weiß nicht, ihr seid ihr Schwestern. Okay, so. Perfekt. Jetzt vielleicht einzeln? Sieht sehr gut aus. Okay, bleib, bleib. 1, 2, 3. Perfekt. Sieht schön aus, danke. Wollen Sie sehen? Sieht schön aus, ja. Die werden noch bearbeitet. Bis. Danke viel. Danke.